ausgehöhlte körper das sind eigentlich nur zusammengesetzte körper bloß in diesem fall ist ein kleines bisschen anderes die ganze geschichte und zwar wir nehmen an wir hätten hier so ein körper und das ist ein zylinder und der hat innen drin so eine rechteckige ausfräsung oder was auch immer dann berechnet sich das wahre volumen also ich schreibe ganz einfach v netto netto heißt war echt brutto heißt hässlich nebenbei beachtet mal die links die hier oben erscheinen da gehe ich immer auf einzelne themen noch mal ein ihr könnt das video anhalten dieses hier wenn ihr hier drauf klickt und die entsprechende zusatzhilfe wählt da geht es direkt in meinen unterricht also genau dazu was ich gerade zu dem thema sage v netto ist also und jetzt muss ich wenn ich diesen ansatz nicht mache habe ich eigentlich verloren ist eigentlich v zylinder das ist der ganze trick minus weil ja was fehlt jetzt schreibe ich mal in rot weiter minus und zu diesem ding sagt man im allgemeinen quader v quader so das ist eigentlich das ganze geheimnis ich mache jetzt mal hier drüben weiter ich kann also sagen v netto und dann schreibe ich entweder alles als komplette formel also das ganze ding dann erfülle ich erst mal v zylinder mit leben und zwar berechnet sich v zylinder so dass ich sage die grundfläche also a des zylinders mal körperhöhe dazu auch links beachten wie man ganz schnell solche körper berechnet und jetzt kommt dieses minus hier dieses dieses minus und dann schreibe ich eben die grundfläche das schreibe ich in rot also a eines quaders dieses quaders in diesem fall mal die körperhöhe wenn das ding durch geht wenn es nicht durch geht wenn zum beispiel ich ich mache es mal ganz bewusst so nehmen wir an das ding ginge nicht durch und wäre bloß von hier zu hier also nicht ganz durch gebohrt dann würde ich in diesem fall diese körperhöhe des quaders nehmen also so oder so ich muss mich auf diesen quader konzentrieren wie weit geht der ist der genauso tief oder nicht oder was auch immer und dann kann ich diese ganze formel mit leben erfüllen und dann kann ich das alles in einem rutsch rechnen oder der andere ansatz ich schreibe den mal in dunkelgrün ich schreibe natürlich v netto ist gleich also nach meinem ansatz und dann sage ich okay mache ich nicht so ich fange erst mal so an ich sage ich berechne erst v des zylinders danach berechne ich v des quaders nach den gleichen formeln und sage zum schluss v netto ist gleich wieder nach dem ansatz und jetzt für v zylinder nehmen wir mal an ich hätte hier weiß der kuckuck was 12 kubikmeter wenn es ein riesengroßer zylinder ist minus meinetwegen vier kubikmeter und rechne es dann aus und sage okay v netto ist dann so und so in diesem fall werden es dann acht kubikmeter leute schreibt die einheiten schön mit da kann man nur gewinnen dabei da kann nichts passieren aber wie gesagt achtet hier auf die links zu den einzelnen dingern und zum schluss jetzt hier werde ich noch mal links anfügen kann allerdings nicht insgesamt so viele links anfügen wie zu den einzelnen themen nötig sind klickt euch ein bisschen durch bei mir sucht einfach nutzt die suchfunktion und dann müsste das klappen ich wünsche euch viel spaß beim verstehen verstehen macht wirklich spaß und den spaß wünsche ich euch tschüss